Mein Name ist Dr. Karl Schumann, ich bin Plastischer Chirurg. Die Plastische Chirurgie ist einfach, man muss sie nur verstehen. Die Fettabsaugung, für wen ist die Fettabsaugung geeignet? Die Fettabsaugung ist nicht für Patienten geeignet, die abnehmen möchten, auch wenn das der Wunsch ist. Die Fettabsaugung ist dafür gedacht, dass bestimmte Körperareale neu definiert und formt, beispielsweise die Reiterhose oder Bereiche am Bauch oder an den Oberarmen, die trotz Sport nicht weggehen. Dort haben wir die Möglichkeit, diese Bereiche abzusaugen und neu zu definieren. Es wird häufig die Frage gestellt, ob das Fett wiederkommt. Nein, an diesen Bereichen kommt das Fett nicht wieder, aber durch schlechte Ernährung gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich das Fett an einer anderen Stelle wieder anlagert. Untertitelung des ZDF, 2020